Willkommen zurück zu einem neuen, fulminanten Abenteuer mit unserem Shovel Knight. Und hier begegnen wir uns ein Reisender. Was hat das mit dem auf sich? Kreize. Nördlich von Plösmor. An der Gabelung geht es. Ach Mist. Muss schon daran vorbei sein. Wohl an, wer hat der Reisender? Oh, vielleicht kannst du mir helfen. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Ich wollte... Moment mal, du bist der Ritter mit der Schaufel. In der Tat bin ich der Ritter mit der Schaufel, der das Dorf bedroht hat. Ich kann dir versichern, dass ich niemals... Dass du mit deiner Schaufel da Unschuldige begraben? Deine Herrschaft des Schreckens endet jetzt. Gut. Komm, weg mit denen. Verdammt. Ich hätte es ein bisschen... Holst du zurück? Ja, ach, raten wir, was ich vorhabe. Gib mir mein Money zurück. Gib mir mein Money zurück. Komm, weg, 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 weg. Legg mir das blödeste Ding. So, machen wir jetzt mal gleich die Glatt. Nein, komm. Da haben wir ihn. Wie auch immer das war. Okay, ich weiß es aber, es war aber... Spiel noch eine wichtige Rolle, spielt das, meine ich. Gib mir das Stärkste, was du hast. Streck mich nieder. Ich bin kein Strukt. Wir kämpfen gegen den gleichen Feind. Ja? Sollen wir das? Warum hast du dann nichts nicht gesagt? Puh. Komm mir aber blöd vor. Und gleich, mein Freund. Ritter sind am stärksten, wenn sie zusammenarbeiten. Genau. Ritter-Kodex. Erster Schwur. Immer allen in Not helfen. Mach sie fertig, Schabenei. So, also. Das war... ...Sakurais. ...Sakurais und Eisenball. Ich habe deine Schaufel. Okay. Nein. Ähm. Okay. Okay. Ach so, da kommen wir jetzt so hoch. Da geht's weiter. Ah. Bin ich da runter? Oder ist hier noch irgendwo ein geilen Versteck? Ne? Ist kein geilen Versteck. Komm. Danke. Ich würde sagen, man hat den jetzt endlich mal fertig. Ich bin so dumm. Moment. Da kommen wir doch bestimmt irgendwo hoch. Ich glaube, das machen wir mal anders. Kann ich zurück? Ja. Ach. Ich will mich aber nicht weiter. Verdammt. Okay. Okay. Ich will mich dann doch den Weg hier. Da kann ich nichts machen. Ähm. Ähm. Vorab. Moment. Da ist eine Muschel. Da gibt's einen Apfel. Zu einer Muschel. Oh. Apfelmuschel. Das ist der Checkpoint jetzt erst. Das muss man sich mal vorstellen. Das war saudumm. Wow. Ahaha. Wir können mitgehen. Ich habe die Waldtüter. Ich denke, die Wald nicht springen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich manchmal ganz schön kleiner Schussel bin? So. Ich möchte mein Money jetzt zurück. Ich schreibe. Warum springe ich jetzt gerade noch mal auf die Kiste drauf? Ach ja, stimmt ja. Ich wollte Suizid begehen. Eure Kommentare mit Spott und Hohn könnt ihr jetzt gerne verfassen. Ganz leicht springen, okay. Okay, wir angeln. Nein! Wir ersparen uns jetzt die Idee im Kommentar. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Wow, was für eine Krise. Immer kann sie sie werden. Ich glaube, es wird noch schön. Okay. Das machen wir mal so schön so. So. Okay. So, der ist gewonnen. Also, der ist jetzt schon auf den Sack. Madame. Ist das eine Medienfrau? Okay, jetzt ist es gelangt. Ganz vorsichtig. Oh. Oh, es klappt. Ich habe eine runtergefahren. Ich habe es gesehen. Oh, man. Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste nur nicht, wie ich jetzt am besten ausweiche. Ich habe es gesehen. Da Da gibt's was Gibt's jetzt nicht, okay Da gibt's auch noch was In der Heimgang Da kann ich auch noch angeln Das ist auch gut Wow Und wir gehen angeln In Noten, da gibt's auch nicht Checkpoint, checkpoint Don't Jetzt muss er tatsächlich zu sterben. Ja, ein Checkpoint. Checkpoint, bitte gib mir ein Checkpoint. Oh oh. Ist verstanden. Der Checkpoint ist noch so weit weg. Checkt mich doch an die... Ach, nee. Der ist echt schwer hier. Was ist das? Oh, mhm. Durch da. Und jetzt hier runter. Hier runter, schnell! Checkpoint, wo ist der Checkpoint? Da ist er. Alles alles, was mein Gott. Hier ist der Checkpoint. Danke. Oh. Ist hier irgendwas vergessen? Kann ich hier irgendeinen Heimgang kriegen? Nein. Puh, die Level werden auch immer größer. Oh nein. Verarscht. Okay, nee. Nicht verarscht. Also doch, er hat ihn verarscht. Aber... Nein, 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 nein. Du, 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 du. Wenn's mal wieder länger dauert... Naja, ihr wisst ja. Nein, nein, nein. Da riecht der doch immer noch ein Graf. Leck mich doch. Leck mich doch, du der Fisch. Wisst ihr, ich traue mich nicht so gerne, dass ich einen Fisch esse. Weil der Fisch ist gefährlicher als ich. Oh, ich muss ihn echt so starten. Der Fisch. Oh, Hilfe. Hi. Mein Gold wird immer weniger. Okay, an dieser Stelle. Nur da. Verdammt, ich komme nicht ran. Was ist das so? Oh. What? Hau den Fisch um. What? Was ist das für ein Fisch? Ein Monster-Markträle vom Niel oder was? Alle leben. So einen Trip hatte ich seit Ewigkeit nicht mehr. Ich glaube, wir sind schlecht. Egal, ich habe hier wieder ein geniales Angebot für dich. Willst du mal sehen? Uff-Anker. Uff-Anker. Ein unaufhaltsamer Halbmond der Zerstörung. Gut, kauf mal den mal. Komm ich damit an die Items ran? Nein. Da komme ich nie ran. Knall. Clickpoint, oh, goll. Leck mich doch, du blödes Game. So. Ich habe es geschafft. Relativ, ne? Alter, was sind das jetzt für Mechaniken hier? Moment. Nein. Ey, ich bin da durchgefallen. Ich habe wirklich mit dem Ding da gelandet. Okay. Nein, 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 nein. Was ist wie? Das ist schwer. Aber das macht auch gar zu schwer. Oh, das war jetzt unbündig. Das war sehr unbündig. Ja, komm, lassen wir den. Wir lassen den. Rüber. Nein, nein, nein. Nein. Ich finde es mal wieder länger dauert. Mann. Nein. Warten wir jetzt, bis ich weg bist. Ich glaube, ich habe gerade so viel Gold, wie sonst noch nie. Das sah aber gut aus. Ich finde es auch gut einträgsam. Verdammte Axt. Die doch. Nö, ist wirklich okay, ne? Dann geben wir wieder ein bisschen Energie Okay Bleib nicht auf dem Schalter stehen, Truppli. Bleib nicht auf dem Schalter stehen. Ich gehe hier noch durch. Toll. Okay. Hm. Also Shuffle Knight ist echt schon eine Herausforderung. Oh, knapp am knappen Schalter, oder was? Okay. Okay. Danke. 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 Das ist doch wieder irgendwie eine neue Mechanik, oder? Kann ich auf ihn rauf? Nein. Ich kann auf ihn rauf. Ich bin so strunzend doof. Ja, kannst du auf ihn rauf. Aber wenn ich bin da im Abgrund, ist es. Das Ganze nochmal natürlich mit den ganzen Blackburn Knight und Flake Knight. Das wird nochmal eine lustige Sache. Ich bin so strunzend doof. Ich bin so strunzend doof. Es ist doch so strunzend doof. Aber ich habe jetzt raus. Ich weiß nicht. Er macht nicht so Opfer, wenn er jetzt jemand so lebt. krass dass ich mich nicht mehr hatte jetzt mich auf Feuer Nein! Nein! Es ist nicht mehr weit, Liebertragend! Nicht mehr weit! Gar nicht mehr weit! Komm! 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 Das war's. Was haben wir da drin? Was haben wir da drin? Dann weg hier. Ich habe kaum noch Leben. Also haue ich jetzt hier ab und hoffe, dass hier jetzt hier ein Jackpot ist. Nein, aber jetzt Leben fast Leben. Sicher das Leben ran, bitte. Danke. Was? Ihr seid kein Zerstörber. Okay, gut. Dann werden wir das nochmal einlegen. Oh shit, der zweite ist doch gerade nach Fail. Ist das jetzt der Final-Boss-Tide? Oh ja, er ist es. Willst du es mir selbst für dich beanspruchen? Deine Gier kennt keine Grenzen, Treasure Knight. Ohne Hande sind nicht weniger bei Soto. Gerade jetzt bezauern andere, dann brauche ich deine Hafe. Lass uns kämpfen, der Sieg aber kommt alles. Und da kommt alles. Und da kommt alles. BTF, was macht denn da mit dir? Der geht hier ab. Also, Treasure Knight ist... Oh. Der hat's drauf. 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 Lange Fall. Lecken. Boah. Bitte jetzt ein einfaches Bonuslevel. Bitte ein einfaches Bonuslevel. Bitte einfach, einfach, einfach. Bitte einfach. Bitte, bitte, einfach. Bitte tu mir... Oh, gar keins. Okay. Mehr hab ich auch nicht verdient. Okay, weiter geht's. Damit bedanke ich mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohard Rein. Tschö, tschö.